Die 17-jährige Ivona Sigan lebt in Stettin in Polen. Am Abend des 13. August 1998 fällt sie einem Verbrechen unter unglaublichen Umständen zum Opfer, dessen wahre, haarsträubende Details erst vollständig im Jahr 2017 ans Licht kommen. Bitte lasst ein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Am späten Abend des 13. August, es zieht gerade ein heftiger Sturm auf, klopft ein fremder älterer Mann an der Tür einer Familie, die in einem Nachbardorf von Stettin lebt. Er wirkt extrem aufgeregt und nervös und berichtet der Familie, dass in der Nähe ein Mädchen umgebracht wurde und ihre Leiche in einem Gebüsch liege. Sie sei mit einem Draht gefesselt worden. Die Familie findet den Mann ziemlich gruselig und glaubt, dass er wirres Zeug redet und möglicherweise betrunken ist. Sie geben ihm ein Glas Wasser und anschließend geht der Mann. Die Polizei verständigt niemand. Sie können sich nicht vorstellen, dass das, was der Mann erzählt, der Wahrheit entspricht. Doch am nächsten Tag spricht sich das Gerücht, dass ein Mädchentod im Gebüsch liegt, auch in den Vororten von Stettin herum, wo die Familie Sigan lebt. Ivona, die am Vorabend mit ihrer besten Freundin Renata unterwegs war, ist noch nicht nach Hause zurückgekehrt und es wird ihnen sehr mulmig, nachdem sie die Gerüchte hören. Es ist bereits am späten Vormittag des Tages, als Stanislav D., ein Bauer, der einen Hof bewirtschaftet, 300 Meter von seiner Kuhweide entfernt, direkt an der Weichsel die Leiche von Ivona findet. Obwohl die Gerüchte über ihren Tod bereits im ganzen Ort herumgehen und somit andere Personen zuvor ihre Leiche auch schon gefunden haben müssen, hat immer noch niemand die Polizei verständigt. Stanislav hingegen geht sofort zu seinem Hof zurück, erzählt seiner Frau, was er gesehen hat und beeilt sich dann, zum Hof seiner Schwester zu gehen. Da er selbst kein Telefon hat, muss er von dort aus die Polizei anrufen. Als sie endlich am frühen Nachmittag eintrifft, kniet ein Mann neben der Leiche. Es ist Ivonas Vater. Nachdem die Gerüchte im Dorf herumgegangen sind und Ivona nicht nach Hause kam, hat er sich selbst auf den Weg zum beschriebenen Ort gemacht und die Leiche seiner Tochter gefunden. Ihre Hände sind mit Nylonschnur auf ihrem Rücken gefesselt und sie hat eine Drahtschlaufe um den Hals, mit der sie erwürgt wurde. Ab dem nächsten Tag berichten alle Medien über den schrecklichen Vorfall. Ivona hatte eine ältere und eine jüngere Schwester. Ihre Eltern sind Markthändler, verkaufen Kleidung und sind finanziell eher gutgestellt. Ivona hatte vor, nach der Schule Pädagogik zu studieren. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hatte sie gerade Sommerferien. Bis vor wenigen Wochen war sie mit einem jungen Mann zusammen, von dem sie sich aber getrennt hat. Danach hat sie einen großen Teil ihrer Freizeit mit ihrer Freundin Renata verbracht, mit der sie am Abend des Vorfalls auch in die Stadt aufgebrochen ist. Aber was ist dann weiter geschehen? Zunächst bekommt die Polizei eine Menge unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt an dem Abend. Ivonas Mutter sagt, dass ihre Tochter am Nachmittag des 13. gegen halb vier nach Hause kam, nachdem sie mit ihrer älteren Schwester Annetta einkaufen war. Ivona hätte dann gesagt, dass sie an diesem Abend keine Lust mehr hätte, rauszugehen und zu Hause bleiben würde. Sie hilft ihrer Mutter beim Putzen und Waffeln backen, bis um 19 Uhr ihre Freundin Renata anruft. Renata sagt später aus, dass Ivona sie am Telefon überredet hätte, an dem Abend gemeinsam in die Stadt zu gehen. Ivonas Schwester Annetta hingegen ist sich absolut sicher, dass Ivona von Renata überredet wurde. Sie sei nur mitgegangen, weil Renata dies unbedingt gewollt hätte. Laut Renatas weiteren Angaben haben sie und Ivona sich in der Stadt mit ihrem Cousin und einem weiteren Freund getroffen und sich ungefähr eine Stunde lang unterhalten. Um 9 Uhr sagt Renata, dass sie nach Hause gehen möchte, da sie am nächsten Morgen eine Fahrstunde hat. Sie behauptet, sie sei noch ein Stück mit Ivona gelaufen und gegen halb zehn hätten sie sich getrennt, da sie unterschiedliche Heimwege haben. Renata sagt, ein Paar sei in die gleiche Richtung wie Ivona gegangen und sie sei ihnen hinterhergelaufen. Dies sei das letzte Mal gewesen, dass sie sie gesehen hätte. Von dem Punkt, wo sie sich angeblich getrennt haben, hätte Ivona zu Fuß einen Heimweg von ungefähr zehn Minuten gehabt. Die Polizei befragt zwei Familien, die in der betreffenden Nacht nur etwa einen halben Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt gekämmt und gefischt haben. Beide Familien erklären mehrfach, dass sie die ganze Nacht lang keine Fahrzeuge und auch keine Stimmen von anderen Personen gehört haben. Es sei überhaupt nichts Verdächtiges zu sehen oder zu hören gewesen. Renatas Cousin und der andere Freund sagen aus, dass sie die Mädchen nicht mehr gesehen hätten, nachdem sie sich in der Stadt getrennt haben. Weitere Freunde von ihnen bestätigen, dass die beiden den weiteren Abend mit ihnen verbracht haben. Zwei Ex-Freunde von Ivona werden ebenfalls überprüft. Doch die Polizei kann keine Anhaltspunkte zum Tatgeschehen in der Nacht finden. Dann, wenige Monate nach der Tat, erfahren die Ermittler davon, dass Tadeusz W., ein 31-jähriger Mann aus dem Ort, in betrunkenem Zustand damit geprallt hätte, zu wissen, wer Ivonas Mörder seien und dass er gesehen hätte, wie sie umgebracht wurde. Die Polizei lädt Tadeusz zum Verhör, doch nun streitet er ab, irgendetwas zu wissen. Er behauptet, er hätte dies alles nur erzählt, weil er betrunken war und hätte Ivona an dem Abend gar nicht gesehen. Er wüsste noch nicht mal, wie sie aussieht. Seine vorherigen Angaben zum Geschehen in der Nacht werden, obwohl er betrunken war, als relativ konkret beschrieben. Warum hat er sie plötzlich bei der Polizei geleugnet? Noch merkwürdiger wird das Ganze, als Tadeusz im Januar 1999, vier Monate nach Ivonas Tod, plötzlich verschwindet. Sein Leichnam wird weitere fünf Monate später aus der Weichsel geborgen. Es können keine Spuren von Fremdeinwirkung gefunden werden, doch die Gerüchte, dass sein Tod etwas damit zu tun hat, dass er behauptet hat, Ivonas Mörder zu kennen, hält sich hartnäckig. Im Juli 1999 wird Ivonas Fall dann ungelöst geschlossen. Viele Jahre vergehen, ohne dass sich irgendwelche weiteren Spuren ergeben. Im Jahr 2014 dann behauptet der 30-jährige Marek Kappell aus Stettin ebenfalls zu wissen, wer die Täter seien, doch kurz darauf wird seine Leiche gefunden. Er ist unter zwei Elementen dieses Zaunes eingequetscht, der wie eine Mauer aussieht. Offenbar sind die Elemente aus Beton und zwei dieser Elemente sind umgefallen und auf Marek gefallen. Die Polizei sagt, sein Tod sei ein tragischer Unfall gewesen. Mindestens ein weiterer Mann, der Wissen über die Täter gehabt haben könnte, stirbt unter mysteriösen Umständen. Sein Auto wird ausgebrannt an der Weichsel gefunden und er liegt tot, aber ohne Brandverletzungen in der Nähe. Da dieser Mann bereits 79 war, wird sein Tod auf natürliche Umstände geschoben. Doch die Ermittler haben inzwischen auch mitbekommen, wer von der Bevölkerung insgeheim verdächtigt wird, für den Mord verantwortlich zu sein. In der folgenden Zeit beginnen sie, die Beteiligung von drei Personen an dem Fall zu überprüfen. Ein Mann namens Pavel W., sein Vater Josef, sowie Robert, der Besitzer einer Bar. Pavel befindet sich im Ausland, doch Robert wird viele Male von der Polizei vernommen. Er leugnet jedes Wissen über die Tat. Im Jahr 2016 wird der Fall dann an eine neue Ermittlergruppe in Krakau weitergegeben, die die Ermittlungen gegen die drei Verdächtigen fortführen. Sie finden recht schnell einige interessante Dinge heraus, die von mehreren Polizisten, die den Fall ursprünglich bearbeitet hatten, offenbar bewusst zurückgehalten wurden, was wohl daran liegt, dass sie selbst sehr schlecht dastehen, wenn die Wahrheit herauskommt. Einer von ihnen ist der Polizist Leczek, den Ivona kannte. Er ist der Vater eines Bekannten von ihr. Er hatte am Abend des 13. August 1998 Dienst und war ebenfalls auf dem Marktplatz in Stettin, wo Ivona sich mit Renata getroffen hat. Er hat jahrelang behauptet, an dem Abend nichts Relevantes gesehen zu haben, doch im Jahr 2016, 18 Jahre nach dem Mord, Als er von den Ermittlern in Krakau befragt wird, ändert er seine Aussage. Nun gibt er an, dass er mitbekommen hätte, dass Ivona und Renata in der Stadt, kurz nachdem Renatas Cousin und sein Freund gegangen seien, von dem damals 25 Jahre alten Pavel angesprochen wurden. Pavel ist in Begleitung seines Vaters Josef und eines weiteren Freundes. Sie überreden die beiden Mädchen, die sie zuvor nicht kannten, zu ihnen ins Auto zu steigen und ein paar Clubs aufzusuchen. Offenbar zögert Ivona, doch dann sieht sie, dass Lecek, der Vater ihres Bekannten und Polizist sie gesehen hat, ist beruhigt und steigt mit den Männern ins Auto. Lecek behält aber nicht nur diese Beobachtung für sich, sondern auch noch einige weitere Dinge, die sich an dem Abend noch zutragen werden. Pavel, sein Vater und sein Freund ziehen mit den Mädchen durch mehrere Clubs und landen schließlich in der Bar Utra Banta, die von Robert geführt wird. In dieser Bar beginnt Pavel plötzlich, Ivona anzumachen und sie zu bedrängen. Sie leistet Widerstand und sagt deutlich, dass sie das nicht möchte, doch ihre Ablehnung veranlasst Pavel, das Mädchen erst zu schlagen und dann zu treten. Mitten in der Bar vor fast 30 anderen Gästen, die die Situation beobachten, aber aus Angst nicht eingreifen. Auch ihre Freundin Renata schaut zu. Ivona, die von Pavels Schlägen bereits im Gesicht blutet, möchte die Bar verlassen, doch sowohl Pavels Vater Josef als auch Robert, der Besitzer der Bar, hindern sie daran. Sie fesseln Ivona in einem Nebenraum und führen sie anschließend durch den Gastraum in der Bar und an den anderen Gästen vorbei zurück nach draußen, setzen sie wieder in ihr Auto und fahren los. Diese Situation, also wie Ivona gefesselt von den Männern in ihr Auto geführt wird, wird von Lecek und einem weiteren Polizisten beobachtet, die zu dem Zeitpunkt vor der Bar in ihrem Polizeiauto sitzen. Nach ihrer Beobachtung verfolgen sie den Wagen der Täter sogar eine Weile lang, beschließen dann aber an einer Kreuzung in eine andere Richtung weiterzufahren und nicht einzugreifen. Unmittelbar danach müssen die Täter mit Ivona ans Ufer der Weichsel gefahren sein und sie umgebracht haben. Diese Situation soll dann von dem verstorbenen Tadeusz, der ebenfalls ganz dort in der Nähe wohnte, beobachtet worden sein. Seine Freunde sagen aus, dass er ihnen erzählt hätte, dass er in der Nacht nach 1 Uhr draußen auf seinem Hof war, als ihm die Lichter von einem Auto direkt an der Weichsel aufgefallen seien, das dort geparkt hätte. Er sei dort hingelaufen und hätte aus einigen Metern Höhe von einer Uferböschung aus den Mord direkt beobachtet. Pavel und der andere Mittäter sind bereits damals bei den ersten Ermittlungen von der Polizei befragt worden, aber schnell als Verdächtiger ausgeschlossen worden, da keine Hinweise auf ihre Beteiligung gefunden werden konnten. Die fast 30 Zeugen aus der Bar haben offenbar aus Angst vor Pavel nichts gesagt. Was mit denen geschehen ist, die doch darüber berichten wollten, wie zum Beispiel Tadeusz ist ja inzwischen bekannt. Nun, wo alles herausgekommen ist, werden Stimmen laut, dass eigentlich jeder in Stettin von Anfang an gewusst hätte, dass Pavel der Täter gewesen sei und sich keiner getraut hätte, die Wahrheit zu sagen. Auch Ivonnas Familie sei darüber im Bilde gewesen. Doch obwohl Pavel als Täter inzwischen feststeht, gibt es immer noch Unstimmigkeiten, unter anderem über den genauen zeitlichen Ablauf des Abends und einige weitere Details. Während nach der letzten Darstellung des Vorfalls durch Lecek der Mord zwischen etwa 1 und 2 Uhr in den frühen Morgenstunden des 14. August geschehen sein muss, gibt es ja noch den mysteriösen alten Mann, der angeblich bereits vor Mitternacht am Abend des 13. die Familie in dem nahegelegenen Dorf aufgesucht und von dem Mord berichtet hat. Die Familie hält bis heute an ihren Angaben fest, dass der Mann bereits vor Mitternacht bei ihnen gewesen ist. Doch es konnte nie ermittelt werden, wer dieser Mann gewesen ist. Außerdem haben die Täter den Angaben von Tadeusz nach ja direkt an der Weichsel neben dem späteren Leichenfundort geparkt. Dort wurden aber keine Reifenspuren festgestellt, so dass die Ermittler eigentlich davon ausgegangen sind, dass die Täter den Wagen an der Straße zurückgelassen und den Rest mit Ivona zu Fuß gegangen sind. Auch zwei Mitarbeiter der Utra Bandbar behaupten bis heute, Ivona sei in dem Abend nicht dort gewesen und der ganze Abend wäre friedlich verlaufen. Der Fall ist also auch jetzt, wo die Wahrheit herausgekommen ist, immer noch ein Chaos sich widersprechender Aussagen. Die Ermittler halten jedoch Lecheks Angaben zum Geschehen in der Nacht für glaubwürdig und es wurde auch inzwischen von vielen weiteren Zeugen so bestätigt. Leider wurden damals keine Spuren an der Leiche sichergestellt, die auf DNA getestet werden können und zusätzlich gibt es das Gerücht, dass die Polizei mehrere Haare des mutmaßlichen Täters, die an Ivonas Leiche gefunden wurden, verschwinden lassen hat. Die Ermittler sagen aber, dass das nicht der Wahrheit entsprechen würde. Pavel lebt inzwischen in Wien, kann aber aufgespürt, festgenommen und ausgeliefert werden. Sein Vater und der weitere Komplize werden ebenfalls festgenommen. Der vierte Beteiligte, Robert, der Besitzer der Bar, ist inzwischen verstorben. Seine Frau behauptet, die Verdächtigungen ihm gegenüber und die ständigen Befragungen durch die Polizei hätten zu seinem Tod beigetragen. Pavel leugnet die Tat und behauptet, am 13. August 1998 in Wien gewesen zu sein. Sein damaliger Chef bestätigt dies. Allerdings bestätigen inzwischen sehr viele Zeugen aus Stettinen, dass er in den Tagen vor und nach der schrecklichen Tat dort war. Er wird wegen Mordes angeklagt. Zusätzlich werden auch 14 Polizisten angeklagt, die an den damaligen Ermittlungen beteiligt waren und offenbar wichtige Informationen zu den Tätern verschwiegen haben. Darunter ist natürlich auch Leczek. Yvonnas Freundin Renata wird ebenfalls wegen Falschaussage angeklagt. Der Prozess hat im Jahr 2018 begonnen und läuft noch. Er findet unter Ausschluss der Presse statt, was bedeutet, dass keine der Aussagen nach außen dringen und wir nur über den Beginn des Prozesses und dann über das Urteil informiert werden. Letztes Jahr durfte Josef, der Vater von Pavel, allerdings die Haft verlassen, da er gesundheitliche Probleme hat und bereits älter ist. Zum Entsetzen von Yvonnas Familie wurden nun im Sommer 2022 auch Pavel unter Auflagen aus der Haft entlassen. Er muss eine Kaution zahlen, sich zweimal in der Woche bei der Polizei melden und darf Polen nicht verlassen. Der Prozess gegen ihn läuft ja noch. Er darf sich auch Yvonnas Angehörigen nicht mehr als 100 Meter nähern. Trotz dieser Auflagen ist die hinterbliebenen Familie empört und Yvonnas Mutter sagt, dass sie in Angst lebe, nun wo der mutmaßliche Täter auf freiem Fuß sei. Außerdem kann es gut möglich sein, dass die Freiheit des mutmaßlichen Täters die Aussagen weiterer Zeugen beeinflusst, die ebenfalls Angst vor ihm haben. Aber das Gericht bleibt zurzeit bei dieser Entscheidung. Sobald es in diesem Fall zu einem Urteil kommt, informiere ich euch natürlich hier. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass der Prozess sich weiter in die Länge ziehen wird, da offenbar hunderte Aussagen und so weiter geprüft werden. Was sagt ihr zu diesem Fall von Yvonne und vor allem zum Verhalten der Polizisten? Und was war für euch vielleicht ein Kriminalfall, bei dem euch das Verhalten der Beteiligten und oder auch der Polizei so richtig wütend gemacht hat? Lasst mir gerne einen Kommentar unten. Denkt auch daran, ein Like da zu lassen und falls ihr Lust auf noch mehr Fälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Dankeschön fürs Anschauen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.